Die Identität ist ein schwieriges Kapitel bezogen auf die 2000 Jahre Entwicklung des Menschen. Ich denke mir, dass die Identität eigentlich über die Arbeit manifestiert worden ist, rein über die Arbeit, über das Handwerk und über die Kunst natürlich, bezogen auf die, wenn man von der Antike her bis heute das sieht. Und ich denke mir, dass die Arbeit eigentlich identitätsbildend ist für jeden Menschen. Und das wird das Problem sein der Zukunft, weil die Arbeit eigentlich, wenn man auf der anderen Seite sagt, 80% der Menschen in Deutschland und in der Schweiz sind glücklich. Auf der anderen Seite sagt man gewisse Wissenschaftler, dass 70% unglücklich sind bei der Arbeit. Und in diesem Dilemma stehen wir heute, bezogen auf die Identität. Und ich denke mir, dass ohne Identität und ohne Arbeit entsteht auch keine Gemeinschaft. Und ich denke mir, das ist eigentlich das Wichtigste, dass wir wieder eine gewisse Solidarität haben über die Identität, dass man Gemeinschaften wieder hat wie früher. Es gibt ja gute Beispiele. Ich möchte jetzt nicht auf früher gehen, aber ich finde die 2000 Jahre Menschheitswerten eigentlich schon interessant, was da entsteht bezogen auf die Identität. Und die Zukunft wird so sein, dass wir vielleicht gar keine Arbeit mehr haben, sondern es gibt ja Beispiele, wo eigentlich die Computer vieles übernehmen. Klar, wir müssen die Computer auch gebaut werden und programmiert werden, aber die Zufriedenheit, die Haltung gegenüber der Arbeit wird immer schwieriger sein. Und dadurch auch das gemeinsame Wohl und viel, das wird ein der größten Probleme, wo wir in nächster Zeit lösen müssen, diese Diskrepanz zwischen Zufriedenheit in der Arbeit und nicht das Suchen nach Freiheit, indem man einfach fünf Wochen in die Ferien geht und für das arbeitet man, sondern umgekehrt, man muss arbeiten, um glücklich zu sein und eventuell leistet man sich vielleicht Ferien. Und das ist als Schlusswort eigentlich das Richtige.